Okay, wir haben vor den technischen Problemen kapituliert, also muss es auch so gehen. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Julia Reda, ich bin Europaabgeordnete der Piratenpartei und habe mich in den letzten vier Jahren damit beschäftigt, mir den Mund fusselig zu reden über das Urheberrecht. Und das lief zunächst auch relativ erfreulich. Wir haben im Juli eine Abstimmung gehabt, wo die Pläne für Uploadfilter und Leistungsschutzrecht erst einmal auf Eis gelegt wurden. Und dann, ganz überraschend, zwei Monate später hat das Europaparlament sie mit relativ kleinen kosmetischen Änderungen dann doch noch durchgewunken. Und das ist jetzt eine Woche her und ich möchte euch ein bisschen erklären, also wie es dazu gekommen ist, dass das Europaparlament jetzt doch sich für Uploadfilter und Leistungsschutzrecht ausgesprochen hat, was in diesem Text genau drinsteht und was wir doch auch noch tun können, um die Verabschiedung von diesen Plänen letzten Endes zu verhindern. Denn, das ist auch wichtig, das Prozedere ist noch nicht komplett vorbei. Das ist dann auch der Punkt im Vortrag, wo ihr euch zumindest mal kurz den Slide anschauen solltet, den ich auf Twitter gepostet habe. Denn es ist wahrscheinlich nicht jeder von euch ganz genau mit dem politischen System im Europaparlament vertraut. Dort gibt es acht Fraktionen und die Abstimmung im Juli und die Abstimmung im September, wenn ihr euch diese Folie anschaut, sind gar nicht mal so unterschiedlich. Also es war in beiden Fällen sehr knapp. Wir haben im Juli knapp gewonnen und jetzt im September knapp verloren. Und ich glaube, es ist wichtig auch für die zukünftige Diskussion, also was wir gegen Uploadfilter tun können, dass wir genau wissen, was sich da verändert hat. Und ja, auf diesem Slide habt ihr links das Abstimmungsergebnis im Juli geordnet nach Fraktionen und rechts das Abstimmungsverhältnis im September. Und ihr seht, die sehen sehr, sehr ähnlich aus. Also was sich konkret verändert hat, wir haben zunächst mal die EVP, das ist die größte Fraktion, wo auch die CDU-CSU drin ist. Da sieht man, es sind einfach wesentlich mehr Leute zur Abstimmung gekommen. Also im Juli, da war es noch so, dass teilweise Leute einfach nicht da waren, weil es ein Donnerstag war. Teilweise aber auch Leute mit den Plänen für die Uploadfilter von Axel Voss doch nicht so einverstanden waren. Und weil man bei den Konservativen nicht einfach so gegen die Parteilinie stimmt, haben sich dann einige entschieden, einfach nicht aufzutauchen. Das war jetzt im September nicht mehr der Fall. Also die EVP ist wesentlich geschlossener und wesentlich zahlreicher aufgetreten. Und am Ende haben nur noch die Schweden in der EVP tatsächlich gegen die Uploadfilter gestimmt, die sich da auch sehr deutlich positioniert hatten. Aber einige andere Gruppen, zum Beispiel die Polen oder die Finnen, die im Juli noch dagegen waren, haben jetzt dafür gestimmt. Bei den Sozialdemokraten hat sich nicht so viel verändert. Die waren vorher gespalten und sind jetzt immer noch gespalten. Aber das Ergebnis ist für uns etwas schlechter ausgefallen, weil zum Beispiel einige Italiener, also italienische Sozialdemokraten, die im Juli dagegen gestimmt haben, jetzt dafür gestimmt haben. Die wahrscheinlich sonst größte Veränderung ist bei der EKR, das sind die europaskeptischen Konservativen, also Tories und so weiter. Die waren mehrheitlich gegen Uploadfilter und Leistungsschutzrecht im Juli. Und jetzt war die Hälfte dafür. Das ist in erster Linie auf die belgische NVA zurückzuführen, also die flämischen Nationalisten, die Finnen und auch die Ex-AfD, die halt erst dagegen gestimmt haben und dann dafür. Die Liberalen sind die einzige Fraktion, die sich ein Stück weit verbessert hat. Also obwohl ihr Verhandlungsführer eigentlich einer der größten Befürworter ist. Ah, wunderbar. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo die Folie herkommt. Das heißt, ich hoffe, dass sie dann einfach magisch wieder verschwindet. Okay, aber das war, was ich euch zeigen wollte. Auch bei den kleinen Fraktionen, Grüne, Linke und die sogenannte EFDD, die waren eigentlich immer dagegen. Und da hat sich auch nicht viel verändert. Bloß, dass halt alle drei dieser Fraktionen einzelne Leute dann doch an die Gegenseite verloren haben. Ja, wie kann man das erklären? Also ich glaube, was man daraus lernen kann, ist zunächst einmal, dass Aktivismus aus der Zivilgesellschaft durchaus funktioniert. Aber er hat nur einen sehr kurzen Wirkungsgrad. Also im Juli hatten wir zum Beispiel einen Blackout der Wikipedia in Italien, der dazu geführt hat, dass viele italienische Sozialdemokraten, die sonst eigentlich als mehr oder weniger Urheberrechtsextrem gelten, sich doch Gedanken gemacht haben und letzten Endes dagegen gestimmt haben. Und manche von denen haben diese Position beibehalten, andere sind aber auch wieder umgefallen. Also das zeigt, solche Dinge wie Wikipedia-Blackouts oder große Proteste, die wirken, aber die wirken für eine sehr kurze Zeit. Genauso hatten wir in Deutschland oder mehr oder weniger europaweit eine sehr große Petition auf Change.org. Die hat bis zur Abstimmung im Juli fast eine Million Unterschriften gesammelt. Das hat einen großen Eindruck gemacht. Aber was da nicht passiert ist, ist, dass zwischen Juli und September eine zweite Million dazugekommen wäre. Sondern es ist nach diesem Erfolg im Juli mehr oder weniger stagniert. Und genauso in Polen. Also die Polen haben im Juli allesamt gegen den Vorschlag gestimmt oder sich enthalten. Also es gab keine einzige Stimme dafür, weil es davor auch große Proteste gab. Also auf der Straße und so weiter. Und das ist halt nicht im gleichen Maße passiert im September. Und dann haben sich doch 19 polnische Abgeordnete zwischen Juli und September magisch umentschieden. Also was man daraus lernen kann, denke ich, also Aktivismus ist super wichtig, aber er muss kontinuierlich sein. Und das ist natürlich unglaublich viel verlangt, weil alle sich mit zehn verschiedenen wichtigen, brennenden Themen beschäftigen und zwischendurch auch noch Broterwerb und solche Dinge machen müssen. Und das ist natürlich für die Zivilgesellschaft eine unglaublich schwierige Aufgabe, an so einem Thema dranzubleiben über viele Jahre. Aber es ist offensichtlich notwendig. Also es gab vor der Abstimmung im September weniger vergleichbare Aktivitäten von uns und die hatten auch weniger Reichweite. Teilweise muss man sich auch fragen, ob da nicht irgendwie uns böse mitgespielt wurde. Also ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, dass mehrere meiner Webseiten und so weiter auf irgendwelchen Blacklists gelandet sind wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung und einfach nicht mehr verteilt werden könnten, was ein bisschen merkwürdig ist. Gleichzeitig ist die Gegenseite natürlich nicht stillgeblieben. Also es gab vor allen Dingen in der Presse eine sehr massive Kampagne für das Leistungsschutzrecht. Frankreich hat zum Beispiel die Kulturministerin der verschiedenen Länder aktiviert, um eben gezielt auch mit ihren Abgeordneten zu reden. Und ein Narrativ, das bei meinen Kolleginnen und Kollegen in Brüssel ganz massiv verfangen hat, war das Gerücht, dass die Kampagne gegen Uploadfilter und Leistungsschutzrechten vollständig von Google bezahlt und organisiert wurde. Das ist relativ erschreckend. Also das ist so weit gegangen, wie dass ein junger Pirat, der mich letzte Woche in Straßburg besucht hat, der hat vor dem Straßburger Parlament mit einem selbst gebastelten Schild gestanden und hat erzählt, Abgeordnete sind an ihm vorbeigekommen, haben ihm den Stinkefinger gezeigt und gesagt, er ist ein Agent von Google. Also relativ drastisch und ich glaube auch, ja eigentlich erschreckend, weil wir sollten uns ja wünschen, dass sich irgendwie junge Leute für die Europapolitik interessieren. Aber das Fazit daraus ist halt, also wir müssen kreativer werden, wir müssen Abgeordnete direkt ansprechen und die müssen das Gefühl haben, also das ist ein Thema, das in ihrem Wahlkreis und auch im Wahlkampf wirklich relevant ist und dass das Leute sind, die sie kennen. Weil wenn sie das von ihrem Neffen oder ihrer Nichte hören, dann werden sie wahrscheinlich nicht denken, dass die von Google bezahlt sind. Also das ist wahrscheinlich, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Ich will euch jetzt kurz erklären, also was da genau eigentlich beschlossen wurde, denn es gab ein paar Veränderungen, allerdings leider sind die zum größten Teil kosmetischer Natur. Also da haben wir zuerst mal das Leistungsschutzrecht und was sich nicht verändert hat, im Gegensatz zu dem, was oft behauptet wird, ist, dieses Leistungsschutzrecht ist deutlich weitgehender als das, was wir in Deutschland haben. Das bedeutet, also in Deutschland ist es so, Suchmaschinen und Nachrichtenaggregatoren dürfen keine Teile aus Presseartikeln verwenden. Bei diesem europäischen Vorschlag ist es so, dass kein Online-Dienst diese Ausschnitte verwenden darf. Das heißt, das gilt auch für euer Blog, das gilt auch für die Wikipedia und alle, die behaupten, irgendwie die Wikipedia wäre von diesem Vorschlag ausgenommen. Beim Leistungsschutzrecht erzählen die schlicht und ergreifend Unsinn. Ich hätte euch im Zweifelsfall auch den entsprechenden Textausschnitt dazu eingeblendet, aber ansonsten könnt ihr es auch später nochmal nachlesen. Also was hat sich geändert bei diesem Leistungsschutzrechtsvorschlag? Im Juli stand da, also das Leistungsschutzrecht, es gibt eine Ausnahme für reine Hyperlinks. Da haben wir gesagt, naja, das ist ja schön und gut, aber was ist denn ein Hyperlink? Heißt das, ich darf die URL posten oder heißt das, ich darf auch die Überschrift zum Beispiel von einem Presseartikel posten? Es war völlig unklar, manchmal ist die Überschrift ja auch Teil des Hyperlinks. Also hat jetzt das Parlament den folgenden tollen Kompromiss geschlossen. Sie haben geschrieben, das gilt nicht für Hyperlinks, die von einzelnen Wörtern begleitet werden. Ich glaube, der juristische Fachausdruck dafür ist Verschlimmbesserung. Also jetzt ist völlig klar, dass man die Überschrift nicht verwenden darf, weil das nicht einzelne Wörter sind. Also völlig weltfremd. Also das heißt, ein Link mit einer vollständigen Überschrift in Zukunft wäre also ein Verstoß gegen dieses Leistungsschutzrecht, nicht nur wenn es auf Google passiert, sondern auch wenn es auf der Wikipedia oder eurer persönlichen Webseite passiert. Das heißt irgendwie Zusammenfassungen zum Beispiel über die Berichterstattung über mich auf meiner eigenen Webseite, wäre dann wahrscheinlich irgendwie erlaubnispflichtig. Ja, jetzt wird das Parlament diskutieren müssen, gemeinsam mit dem Rat, wie denn der Kompromiss zwischen den beiden Kammern aussehen soll für das Leistungsschutzrecht. Und der Rat hat zumindest noch ein kleines bisschen mehr Flexibilität da drin, indem er sagt, naja, okay, also einzelne Wörter zu schützen geht ja vielleicht ein bisschen zu weit. Deshalb sollen nicht substanzielle Teile eines Presseartikels weiterhin verwendet werden dürfen. Versäumt aber zu definieren, was nicht substanziell ist und sagt, das soll jeder Mitgliedstaat für sich selbst entscheiden. Diese Richtlinie hatte mal den Sinn, das europäische Urheberrecht zu vereinheitlichen. Das ist damit, glaube ich, auf ganzer Linie gescheitert. Und natürlich ist es klar, wenn irgendeine Webseite europaweit verfügbar sein will, dann wird sie sich wahrscheinlich nach dem strengsten Leistungsschutzrecht in ganz Europa richten müssen. Das heißt, wenn irgendwie Frankreich entscheidet, drei Wörter sind eine Verletzung, ja, dann ist das der Standard, nach dem man sich zu richten hat. Also nicht besonders befriedigend das Ganze. Was auch noch häufiger gesagt wird, also dass angeblich der Text des Parlaments zum Leistungsschutzrecht entschärft werden würde, denn legitime private, nicht kommerzielle Nutzung durch Individuen sei gestattet. Dazu muss man sagen, also privat ist etwas anderes als Privatperson. Also es muss beides zutreffen. Es handelt sich um eine Privatperson, die etwas privat, also nicht öffentlich postet und nicht kommerziell. Also das würde bedeuten, wahrscheinlich dürft ihr nach wie vor Ausschnitte aus Presseartikeln in einer E-Mail versenden. Was es aber nicht bedeutet, ist, dass ihr die auf Facebook oder Twitter teilen dürft oder auf eurer eigenen Webseite. Also insofern ist, glaube ich, diese Ausnahme in der Praxis weitgehend sinnlos. Ja, wie sieht es bei den Uploadfiltern aus? Also das Grundproblem bei den Uploadfiltern ist in dem Text, den das Parlament jetzt verabschiedet hat, nach wie vor da. Und dazu verdonnert, dass sie für alle Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer direkt haftbar sind. Also als hätte die Plattform die Urheberrechtsverletzungen selbst begangen. Das stellt sich vor einige Herausforderungen, denn das Problem ist, dass auf der anderen Seite, also die Rechteinhaber nicht verpflichtet sind, der Plattform in irgendeiner Form ein faires Angebot zu machen. Das heißt also, wenn ein einziger Rechteinhaber sagt, ich möchte dir aber keinen Lizenzvertrag anbieten, ich möchte, dass meine Inhalte einfach nicht auftauchen, dann hat die Plattform keine andere Wahl, als Uploadfilter zu installieren. Also es stimmt, der Paragraf, der explizit Uploadfilter erwähnt hat, wurde gestrichen, aber das ändert am Grundprinzip überhaupt nichts, denn die Plattform ist haftbar für alle Urheberrechtsverletzungen, völlig egal, ob der rechte Inhaber ihnen ein Angebot gemacht hat oder nicht. Das heißt also, im Ende läuft es sowieso auf Uploadfilter hinaus. Die einzige Verbesserung, die es zu verzeichnen gibt zwischen Juli und September, ist, dass wir es geschafft haben, zumindest ein bisschen einzugrenzen, um welche Plattform es da überhaupt gehen soll. Und zwar wurde hinzugefügt, dass es sich um Plattformen handelt, die die hochgeladenen Inhalte zu Profitzwecken bewerben. Das ist nicht besonders gut definiert, also man weiß nicht genau, was bewerben bedeutet, also zum Beispiel auf Reddit, wenn man Sachen hoch und runter worten kann, ist das schon bewerben zu Profitzwecken oder ist nur sowas wie Monetarisierung auf YouTube gemeint. Ist unklar, aber ich glaube, die gute Nachricht ist, dass zum Beispiel die Wikipedia, die einfach nicht profitorientiert ist, damit dann wahrscheinlich relativ sicher raus wäre. Aber das Problem ist halt, auch auf kommerziellen Plattformen wie YouTube führen Uploadfilter regelmäßig dazu, dass legale Inhalte gelöscht werden. Insofern also ein kleiner, ein kleines Trostpflaster sozusagen für die Netzgemeinde, dass die ganz nicht kommerziellen und communityorientierten Projekte jetzt doch ausgenommen werden sollen. Aber viel mehr Positives gibt es da nicht zu verzeichnen. Daneben wurde dann noch klargestellt, also das ganz kleine Plattformen, also kleine Unternehmen, die weniger als 50 Angestellte haben und weniger als 10 Millionen Jahresumsatz auch von dieser Definition ausgenommen sein sollen. Alle anderen müssen aber nach wie vor filtern oder Lizenzen von allen urheberrechtlich geschützten Werken auf der Welt einholen, weil sie ja jemand hochladen könnte, was natürlich in der Praxis nicht besonders realistisch ist. Ja, das ist der Text, mit dem das Parlament in die Verhandlungen startet. Also danach könnte man im Grunde genommen eigentlich überhaupt keine kommerzielle Plattform mehr in Europa betreiben, weil selbst die besten Filter werden es nicht schaffen, 100 Prozent aller Urheberrechtsverletzungen aufzuspüren und in dem Moment wäre dann der Plattformbetreiber direkt in der Haftung. Der Rat, naja, der hat es vielleicht etwas, einen etwas realistischeren Vorschlag gemacht, der für die Plattformen etwas bequemer ist. Dort wird nämlich gesagt, ja, ihr seid haftbar, aber wenn ihr nach dem besten Stand der Technik filtert, dann seid ihr nicht haftbar. Das ist für die Plattformen relativ bequem, weil das würde bedeuten für YouTube, naja, sie filtern Musik auf dem Stand der Technik, das heißt, sie müssen eben genau nichts bezahlen und können genauso weitermachen, wie sie wollen. Aber für User und auch für Urheber ist das überhaupt nicht befriedigend. Denn also zunächst aus der Sicht der Urheber, Ziel dieses Artikels sollte ja eigentlich sein, dass die ganz großen Plattformen die Inhalte monetarisieren, irgendwie mehr bezahlen. Das wird aber genau nicht passieren, denn ihnen wird ja die Wahl gegeben zu filtern und damit auf das Bezahlen zu verzichten. Genauso aus Sicht der User ist es unbefriedigend, weil dadurch eben ein stärkerer Anreiz geschaffen wird, eben nicht zu bezahlen, sondern zu filtern. Und wir damit eben noch mehr damit konfrontiert werden, dass Inhalte gelöscht werden, die legal sind. Also zum Beispiel Parodien oder Zitate. Denn solange diese Filter keinen Sinn für Humor entwickeln, werden sie auch nicht in der Lage sein, eine Parodie von einer Urheberrechtsverletzung zu unterscheiden. Das heißt also, der Ratstext zu den Uploadfiltern ist aus grundrechtlicher Sicht und aus Urhebersicht genauso schlimm, wenn nicht schlimmer, als der Parlamentstext. Bloß er ist etwas unternehmensfreundlicher. Also wahrscheinlich auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Jetzt könnte man sagen, naja, dann können wir ja eigentlich gleich aufgeben. Also das Parlament hat das beschlossen, der Rat hat das beschlossen und Sie müssen sich jetzt nur noch darauf einigen, welchen Ihrer beiden unsinnigen Vorschläge es denn jetzt sein soll. Aber ganz so schlimm ist es nicht. Also ich habe schon gezeigt, wie knapp die Abstimmung im Parlament war. Um 60 Stimmen haben wir bei den Uploadfiltern verloren. Ähnlich knapp ist es auch im Rat. Im Rat ist es so, der muss so eine qualifizierte Mehrheit erreichen, um so eine Richtlinie umzusetzen. Und als er seine Position abgestimmt hat im Juli haben ganze sechs Länder dagegen gestimmt. Das waren Deutschland, Niederlande, Belgien, Finnland, Slowenien und Ungarn. Es ist jetzt so, also 55 Prozent der Länder müssen zustimmen, das heißt irgendwie 18, glaube ich. Die müssen aber auch 65 Prozent der Bevölkerung vertreten. Das haben sie geschafft. Allerdings haben seit dieser Abstimmung im Mai zwei weitere ziemlich große Länder gesagt, sie sind mit dem Ergebnis nicht einverstanden und zwar Italien und Polen. Bei Italien einfach, weil sich die Regierung geändert hat und Movimento Cinque Stelle eigentlich schon immer gegen diese Reform war. In Polen wahrscheinlich vor allen Dingen wegen der öffentlichen Proteste. Wenn diese beiden Länder tatsächlich dabei bleiben, dass sie die Richtlinie ablehnen, dann hätten wir plötzlich eine Sperrminorität, weil nämlich 44 Prozent der Bevölkerung jetzt auf der Gegenseite wären. Das Problem ist, es ist nicht besonders wahrscheinlich, dass Deutschland bei seiner Ablehnung dieses Plans bleiben wird. Und zwar, das hat zwei Gründe. Also als sie dagegen gestimmt haben im Mai, hatten sie zwei Kritikpunkte. Der eine Kritikpunkt war, dass das Ganze für Kleinunternehmen mit den Uploadfiltern zu weit geht. Aber jetzt hat das Parlament ja genau diese Ausnahme für Kleinunternehmen eingeführt, zufällig durch einen CDU-Abgeordneten, der das Ganze für das Parlament verhandelt hat. Und es könnte sein, dass sie sagen, okay, jetzt können wir den Uploadfiltern zustimmen. Der zweite Kritikpunkt von Deutschland war, dass ihnen das Leistungsschutzrecht nicht weit genug ging. Und auch da kann man wahrscheinlich sagen, dass sie wahrscheinlich mit dem Parlamentstext dann doch zufrieden wären. Aber die Quintessenz des Ganzen ist, dass wahrscheinlich die Frage, ob es eine Mehrheit für diese Reform im Rat geben wird oder nicht, von der deutschen Bundesregierung abhängen wird. Und die deutsche Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag stehen, ich zitiere, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Uploadfiltern lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Das hat sie bisher nicht besonders interessiert, bis auf einige Mitglieder der SPD, die sich doch relativ stark dagegen eingesetzt haben. Und auch die Digitalministerin Dorothee Bär, die aber leider anscheinend auch in der Regierung nicht so viel zu sagen hat bisher. Aber das heißt also, auf Deutschland wird es wirklich ankommen. Auf das andere Land, auf das es ankommen wird, ist Österreich. Denn Österreich leitet im Moment die Verhandlungen im Rat. Also die haben die Ratspräsidentschaft inne bis Ende dieses Jahres. Und das heißt, sie werden die Verhandlungen zwischen Parlament und Rat leiten. Leider sind sie als ziemliche Hardliner bekannt bei dem Thema. Also auch die möchten sich mit ihrer Boulevardpresse nicht unbedingt anlegen über das Leistungsschutzrecht. Allerdings war es schon so, dass vor der Abstimmung im Juli einige Abgeordnete der ÖVP gesagt haben, sie werden dagegen stimmen. Und danach kam dann der österreichische Minister zu ihnen, hat gesagt, das geht gar nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, uns wurde versprochen, dass der Text im Trilog noch verbessert wird und deshalb sind wir jetzt eh dafür. Daran kann man sie dann vielleicht bei Zeiten erinnern. Der Koalitionspartner, die FPÖ, hat sich übrigens enthalten, auch in der Abstimmung jetzt im September. Also es wird wichtig sein, auf Deutschland und auch auf Österreich während dieser Trilogverhandlungen öffentlichen Druck auszuüben. Und das Problem dabei ist, dass diese Triloge immer vollständig intransparent sind. Also man bekommt als interessierte Bürgerin von dem Ganzen extrem wenig mit. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil es da einen Informationsvorsprung seitens der Medienunternehmen gibt, die natürlich diese Dokumente alle naselang von irgendwelchen Consultancies weitergeleitet bekommen. Da kommt uns glücklicherweise der Europäische Gerichtshof zu Hilfe. Die haben nämlich vor kurzem entschieden, dass diese Trilogdokumente durch Informationsfreiheitsanfragen hin hin zugänglich gemacht werden können. Das Problem ist, Informationsanfragen dauern immer ein bisschen, vor allen Dingen bei europäischen Institutionen. Aber ich habe Zugang zu den Trilogdokumenten. Ihr habt ein Recht, sie zu bekommen. Ich werde sie also einfach veröffentlichen und mal gucken, was passiert. Also das Ziel des Ganzen ist, dass wir möglichst maximale Transparenz herstellen über diese Trilog Verhandlungen. Die erste Verhandlung ist für den 2. Oktober vormittags angesetzt. Könnt ihr euch schon mal im Kalender markieren. Und es wird ganz wichtig sein, also auf die Bundesregierung und auf die österreichische Regierung während dieser ganzen Trilogverhandlungen Druck auszuüben, damit die nicht im stillen Kämmerlein sich letzten Endes auf diesen Text einigen können. Auch ein Spreadsheet mit dem Abstimmungsverhalten sortiert nach den verschiedenen Parteien und den verschiedenen Ländern werden wir auch noch veröffentlichen, weil es ganz wichtig ist, dass er auch mit den einzelnen Abgeordneten an der Stelle Kontakt aufnehmen wird. Denn auch im Parlament ist nicht alles vorbei. Wenn der Trilog fertig ist, wird es zwei Abstimmungen geben. Die eine bereits erwähnte im Rat, wo 55 Prozent der Länder und 65 Prozent der Bevölkerung zustimmen müssen. Und auf der anderen Seite die letzte Abstimmung im Europaparlament, wo es noch mal die Möglichkeit gibt, Ja oder Nein zu sagen oder auch noch mal Änderungsanträge zu stellen. Allerdings die Änderungsanträge in der sogenannten zweiten Lesung führen dazu, dass sich Parlament und Rat dann binnen drei Monaten einigen müssen, was extrem unwahrscheinlich ist. Deshalb also in der Praxis ist es meistens eine Ja oder Nein Abstimmung in der zweiten Lesung. Und das ist auch die große Herausforderung für uns. Denn es ist so, wir haben die Abstimmung um die Uploadfilter letzte Woche um 60 Stimmen verloren. Das heißt, wenn 30 Leute anders abgestimmt hätten, hätten wir es geschafft. Und das scheint irgendwie erreichbar. Das Problem ist, die Endabstimmung, also ob man die Richtlinie als Ganze annimmt oder ablehnt, haben wir um 200 Stimmen verloren. Und das ist jetzt die große Herausforderung. Also die Endabstimmung wird deutlich schwieriger zu gewinnen sein im Europaparlament. Und deshalb ist es so wichtig, sich auch in der Zwischenzeit wirklich auf den Rat zu konzentrieren und zu versuchen, dort die Trilogverhandlungen zu beeinflussen. Denn die Endabstimmung, das wird wirklich extrem schwierig. Denn die Abgeordneten sind relativ, naja, sie haben Angst davor, die Richtlinie als Ganzes abzulehnen, weil das Parlament in vielen anderen Artikeln, die gar nicht so in der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, große Verbesserungen für die Urheber erreicht haben. Und zwar in den Verhandlungen mit den Verlagen. Beispielsweise ein Recht auf Transparenz darüber, wie ihre Inhalte vermarktet werden und auch ein Recht auf proportionale Bezahlung, das Total-Buy-Out-Verträge verhindern soll. Jetzt wissen wir aber, der Rat hat das nicht oder hat es im weitesten Sinne nicht. Und der Berichterstatter Axel Voss ist sowieso kein Fan von diesen Verbesserungen für die Urheber. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die im Rahmen der Trilogverhandlungen wieder rausfliegen, ist ziemlich groß. Und unsere Aufgabe wird es sein, die Abgeordneten, die nur deshalb für die Richtlinie stimmen, auch darüber zu informieren. Das heißt, wir müssen wirklich die gesamte Richtlinie im Blick behalten und dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit genau weiß, was in dieser Richtlinie am Ende noch drinsteht und was an zwischenzeitlichen Verbesserungen vielleicht nicht mehr drin ist. Der große Vorteil, den wir haben werden, ist, die Endabstimmung wird höchstwahrscheinlich Ende März oder Anfang April stattfinden, das heißt unmittelbar vor der Europawahl im Mai. Und das heißt, man kann solche Dinge machen wie Pledges, also vor der Abstimmung alle Kandidatinnen und Kandidaten fragen, wie werdet ihr euch zu diesem Thema verhalten. Das heißt, sie müssen dann im Wahlkampf dazu Stellung nehmen und das ist, denke ich, ganz wichtig. Es ist auch wichtig, das Abstimmungsverhalten der bereits bestehenden 751 Abgeordneten aufzuarbeiten. Wer hat zwischen Juli und September seine Meinung geändert? Warum haben die ihre Meinung geändert? Wer hat vielleicht für die Uploadfilter gestimmt oder gegen die Uploadfilter, aber dann für die Richtlinie? Was waren die Gründe dafür? Wer weicht von seiner Parteilinie ab und so weiter? Also die Abgeordneten müssen wirklich einzeln bearbeitet werden. Das ist viel Arbeit. Aber wir haben den großen Vorteil, also wir sind eine deutschsprachige Community und in dieser Abstimmung werden tatsächlich Österreich und Deutschland die Schlüsselstaaten sein, dadurch, dass Deutschland eben dagegen gestimmt hat im Rat und dadurch, dass Österreich die Ratspräsidentschaft einhält. Das heißt, also es ist ganz wichtig, dass wir da aktiv bleiben und dann haben wir eine Chance, eben Uploadfilter und Leistungsschutzrecht noch abzuwenden. Ja, das heißt, es kommt auf euch alle an. Auf meiner letzten Folie steht, was wirst du tun? Ich hoffe, darüber macht ihr euch alle Gedanken und ja, herzlichen Dank fürs zuhören. Dankeschön fürs Dasein, Julia. Du hast am Anfang gesagt, die wichtigsten Folien hast du schon getwittert. Da findet man... Ja, dann werde ich den Rest auch noch twitteren, dann habt ihr einen Gesamtüberblick und seht auch nochmal ein schönes Foto von Axel Voss beim Jubeln. Das klingt toll. Schon mal im Voraus vielen Dank dafür. Ich habe viel gelernt bei deinem Vortrag und auch durch deinen kurzen Beitrag, als die Slides noch, als wir noch Hoffnung hatten, dass deine Slides kommen, habe ich auch zum ersten Mal gelernt, wie man dein Twitter-Händel richtig ausspricht. Also vielen Dank auch dafür. Ich hoffe, ja, du bleibst noch bei uns und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne in der Mittagspause auf Julia zukommen.